Eine neue Sonderausstellung des Leon-Foucault-Gymnasiums wird es ab dem 10. März im Hoyerswerder Schloss geben. Unter dem Motto »Aus dem Feuer geboren« gestalteten die Kunstleistungskurse der 11. und 12. Klassen in den letzten zwei Jahren Siebdrucke, Grafiken, Collagen, aber auch Körpermalereien. Die Ausstellung wird für zwei Monate im Schloss bleiben.